Grüezi miteinander. In vielen Demokratiefragen war und ist die Schweiz Vorreiterin, was zum Beispiel die direkte Demokratie oder Subsidiarität betreffen. In einer ganz zentralen Demokratiefrage des 19. und 20. Jahrhunderts war die Schweiz hingegen eine Hinterbänklerin, eine Nachzüglerin, im negativsten Sinne des Begriffs. Während Deutschland, Österreich, Polen, Luxemburg, die skandinavischen Staaten und andere europäische Länder das Frauenstimmrecht bereits im frühen 20. Jahrhundert einführten, warteten die Schweizerinnen bis 1971 auf demokratische Teilhabe, zumindest auf Bundesebene. Bevor das lange und für die Schweizer Männer sehr unrühmliche Aufarbeiten dieser demokratiepolitischen Schande beginnt, können wir erst einmal den wohl einzigen Umstand ansprechen, der diese Diskrepanz zwischen Deutschland, Österreich und der Schweiz einigermassen wertneutral erklärt. Und das sind die unterschiedlichen Entwicklungen in Fragen von Demokratie und Volkssouveränität. Deutschland und Österreich erlebten den Sturz ihrer alten Ordnung nach dem Ersten Weltkrieg. Das deutsche Kaiserreich und die österreichisch-ungarische Doppelmonarchie hörten auf zu existieren. Demokratische Gebilde entwickelten sich. Und zu dieser Zeit gehörten Frauenrechtsbewegungen bereits in starker Vertretung zur Gesellschaft. Parteien und Verbände machten sich für das Miteinbeziehen von Frauen stark und das erfolgreich. Wir lernten in einem Beitrag über die Helvetische Republik, dass die Schweiz diesen Sturz ihrer alten Ordnung sehr viel früher erlebte, nämlich 1798. Und in dieser Helvetischen Revolution oder dem Staatenbund von 1815 oder dem Bundesstaat von 1848 steckten die verschiedenen Frauenbewegungen, wenn überhaupt, noch in den Kinderschuhen. Nach den Weltkriegen erlebte die Schweiz, anders als Deutschland oder Österreich, keine Revolutionen. Und das zumindest erklärt so die ersten 60, 70 Jahre des Bundesstaates ohne Frauenstimmrecht. Das war es dann aber auch schon mit den Erklärungen, in denen die Schweiz zumindest nicht ganz und gar wie der reaktionäre Grossonkel auf der Familienfeier wirkt. Der erste Vorstoss für ein Frauenstimmrecht stammte von Zürcherinnen. 1868 forderten sie anlässlich einer kantonalen Verfassungsrevision das aktive und passive Wahlrecht. Vergebens. Eine der ersten und wichtigsten Kämpferinnen für Schweizer Frauenrechte im 19. Jahrhundert war Marie Goeck-Bouchoulin. Die Genferin gründete 1868 eine der ersten internationalen Frauenorganisationen und leistete damit wichtige Pionierinnenarbeit für die Gleichstellungsbewegung in ganz Europa. 1872 erreichte eine von Goeck-Bouchoulin initiierte Frauenpetition, dass Frauen an der Universität Genf zugelassen wurden. Als sie 1899 starb, waren die Schweiz und Europa noch Jahre oder Jahrzehnte von demokratischen Mitbestimmungsmöglichkeiten für Frauen entfernt. 1904 war die SP die erste politische Partei, die das Frauenwahl- und Stimmrecht forderte. Natürlich vergebens. Direkt nach dem Ersten Weltkrieg fanden in einigen Kantonen Abstimmungen über das Frauenstimmrecht statt. Unter anderem in Genf, Zürich oder St. Gallen. Die männlichen Kantonsvölker lehnten ab. Das war keine Überraschung, denn die Bevölkerung in der Schweiz war zu jener Zeit erzkonservativ. Das schlug sich auch im Recht nieder. Im Zivilgesetzbuch von 1907 war die Welt klar geordnet. Der Ehemann ist das Haupt der Gemeinschaft. Die Ehefrau steht dem Manne mit Rat und Tat zur Seite. Sie hat ihn in seiner Sorge für die Gemeinschaft nach Kräften zu unterstützen. Sie führt den Haushalt. Die Rolle der Frau in der Demokratie war keine aktive, sondern höchstens eine passive. Sie unterstützt den Mann, der Verantwortung für Familie und Staat übernimmt. Das Weib hat ihren Platz an Herd und Kinderbett. 1923 reichte eine Gruppe von Bernerinnen eine staatsrechtliche Beschwerde ein. Sie wollten ihr Stimmrecht in Gemeinde, Kantons und Bundesangelegenheiten ausüben. Das Bundesgericht lehnte diese Beschwerde ab. Die Schweizerinnen wussten zu jener Zeit wohl bereits selbst, dass es noch viele Anläufe, Vorstöße und Anträge braucht, bis sie endlich demokratiepolitisch gleichgestellt sein würden. Denn im Sommer 1928 fand die Schweizerische Ausstellung für Frauenarbeit statt. Mit einem denkwürdigen Wagen. Eine Schnecke mit der Aufschrift Frauenstimmrecht. Sie wurden für diese freche politische Äusserung scharf kritisiert. Die nächste erfolglose Forderung folgte bereits 1929. Mit einer Rekordzahl von 250'000 Unterschriften, knapp 80'000 von Männern, reicht der Schweizerische Verband für Frauenstimmrecht eine Petition für das Frauenstimmrecht ein. Ohne Erfolg. Die 1930er Jahre sollten nicht nur bei unseren Nachbarn faschistische, nationalistische und konservative Strömungen stärken, sondern auch in der Schweiz. In dieser Zeit und auch während des Zweiten Weltkriegs formierten sich Gruppen gegen das Frauenstimmrecht, darunter das Aktionskomitee gegen das Frauenstimmrecht oder die Schweizer Liga gegen das politische Frauenstimmrecht. Trotz des wirtschaftlichen Aufschwungs in den 1950er Jahren blieben die Schweizer Männer eher konservativ. 1951 publizierte der Bundesrat einen Bericht, der eine Abstimmung über das eidgenössische Frauenstimmrecht für verfreut hält. Sechs Jahre später, 1957, sollte etwas Revolutionäres geschehen. Und dieser revolutionäre Akt fand im stockkatholischen, konservativen Wallis statt. Und zwar in einem kleinen Dörfchen namens Unterbech mit ein paar hundert Einwohnerinnen. Auf eidgenössischer Ebene wurde über einen obligatorischen Zivildienst für Frauen abgestimmt. Stimmberechtigt in dieser Frage waren natürlich nur Männer. Das fanden der Gemeinderat und der Gemeindepräsident von Unterbech unfair und liessen, trotz des Verbots durch den Kanton, Frauen mit abstimmen. Katharina Zennhäusern, die Ehefrau des Gemeindepräsidenten, war 1957 die erste Schweizerin, die an einer Abstimmung teilnahm. Die Stimmzettel der Frauen wurden separat gesammelt, weil bereits klar war, dass weder Kanton noch Bund diese anerkennen würden. Signalwirkung hatte diese skandalöse Abstimmung jedoch für die gesamte Schweiz. Und lasst Folgendes einmal sacken. Katharina Zennhäusern, die erste Schweizerin, die an einer Abstimmung teilnahm, starb 2014. Alle, die ihr zuhört und zuseht, hattet also die theoretische Möglichkeit, jener Frau, die als erste Schweizerin einen Stimmzettel in eine Urne warf, die Hand zu schütteln. Ja, so nah liegen diese Zeiten. Für den nächsten Meilenstein müssen wir für die österreichischen und deutschen Zuschauerinnen etwas klären. Im Beitrag zum Ausländerinnen-Stimmrecht haben wir gelernt, dass es in der Schweiz, anders als in Deutschland oder Österreich, kein Homogenitätsprinzip gibt. Schreckliches Wort, ich weiss, aber ganz einfach. Das bedeutet, dass Wahlrechtsgrundsätze, in unserem Fall hier der Grundsatz, nur Männer sind auf Bundesebene stimmberechtigt, nicht zwangsläufig für Kantone und Gemeinden gelten muss. Die Kantone haben heute freie Hand, ob sie Ausländerinnen an Abstimmungen teilnehmen lassen und hatten vor dem Frauenstimmrecht freie Hand, Frauen an Abstimmungen teilnehmen zu lassen. Dieses Verständnis ist nötig für die weiteren Informationen. Wir wissen, dass der Kanton Basel-Stadt nur aus drei Gemeinden besteht. Basel selbst, Bettingen und Rien. 1958 ermächtigte der Kanton seine drei Gemeinden, das Frauenstimmrecht auf Gemeindeebene einzuführen. Das hat die Stadt Basler Gemeinde Rien getan und am 26. Juni 1958 stimmten in Rien erstmals Frauen auf Gemeindeebene ab. 1959 folgte dann die erste Abstimmung auf eidgenössischer Ebene über das Frauenstimmrecht. Und zwar nicht ganz freiwillig. Der Bundesrat wollte das Zivilschutzobligatorium für Frauen einführen. Schweizerische Frauenverbände protestierten daraufhin vehement gegen die Absicht, neue Pflichten ohne neue Rechte für die Frauen einzuführen. Um das Zivilschutzprojekt zu retten, legte der Bundesrat rasch einen Entwurf zur Einführung des Frauenstimmrechts vor. Am 1. Februar 1959 lehnten knapp zwei Drittel der Schweizer Männer das Frauenstimm- und Wahlrecht auf eidgenössischer Ebene ab. Zur Einordnung. 1959 gab es in Europa nur noch drei Staaten, die das Frauenstimmrecht noch nicht eingeführt haben. Lichtenstein, Portugal und die Schweiz. National- und Ständerat befürworteten mit deutlicher Mehrheit die Einführung des Frauenstimmrechts. Offen die Ja-Parole empfahlen aber lediglich die SP, die PDA und der Landesring der Unabhängigen. Das war die Partei von Mikrogründer Gottlieb Duttweiler. Offen gegen das Frauenstimmrecht war 1959 nur die BGB, die Vorgängerpartei der SVP. Stimmfreigabe erteilten unter anderem die wichtigen und grossen Parteien FDP und CVP. Lediglich drei Kantone haben 1959 mehrheitlich mit Ja gestimmt. Genf, Neuenburg und der Kanton Watt. Am stärksten war die Zustimmung in Genf mit 60% Ja-Stimmen. Am deutlichsten war die Ablehnung im Kanton Appenzell-Innerroden mit 95% Nein-Stimmen. Die Frauenbewegung feierte aber einen kleinen Teilsieg. Die Männer des Kantons Watt stimmten am selben Tag über ein kantonales Frauenstimmrecht ab und haben es angenommen. Damit war der Westschweizer Kanton der erste Schweizer Kanton, der das Frauenstimmrecht einführte. Es folgte ebenfalls 1959 noch der Kanton Neuenburg und 1966 der erste deutschsprachige Kanton mit Basel-Stadt. Bis und mit 1970 führten noch weitere Kantone ein kantonales Frauenstimmrecht ein. Basel-Land, das Dessin, das Wallis, Luzern und Zürich. 1968 entschliesst sich der Bundesrat für einen vernünftigen, aber vor den frauenrechtlichen Hintergründen hanebüchenen Schritt. Er will die Europäische Menschenrechtskonvention unterzeichnen, aber Frauen weiterhin von der Demokratie ausschliessen. Die Frauenverbände protestierten gegen diese Entscheidung. Am 1. März 1969 fand der Marsch auf Bern statt. 5000 Frauen und auch Männer demonstrierten vor dem Bundeshaus für das Frauenstimmrecht und stimmten der Resolution von Emilie Lieberherr mit grossem Applaus zu. Wir Schweizerinnen hier auf dem Bundesplatz fordern das volle Stimm- und Wahlrecht auf eidgenössischer und kantonaler Ebene. Der Bundesrat entschied, mit einer neuen Volksentscheidung Klarheit zu schaffen. Am 7. Februar 1971 erhielten die Schweizerinnen endlich das Wahl- und Stimmrecht. Dieses Mal stimmten knapp zwei Drittel der Schweizer Männer dem Frauenstimmrecht auf eidgenössischer Ebene zu. Ein mehrheitliches Nein gab es noch aus den Kantonen Obwalden, Uri, Schwyz, Klarus, St. Gallen, dem Durgau und den beiden Appenzell. Die deutlichsten Kantone waren wieder dieselben. Im Kanton Genf bejahten 91% der Männer das Frauenstimmrecht, im Kanton Appenzell-Ingeroden lehnten es 71% ab. Infolge der Abstimmung wurde Artikel 74 der Bundesverfassung vom 29. Mai 1874 angepasst. Bei dieser Abstimmung 1971 fassten im Übrigen alle Parteien die Ja-Parole. Dank diesem Sieg konnten Schweizerinnen endlich an der Demokratie teilnehmen. Naja, fast. Denn zwei Kantone sträubten sich hartnäckig dagegen, Frauen an der Demokratie teilnehmen zu lassen. Appenzell-Inneroden und Appenzell-Ausseroden. Im Kanton Appenzell-Ausseroden entscheidet erst 1989 ein knappes Handmeer an der Landsgemeinde zugunsten des Frauenstimmrechts auf Kantonsebene. Wer das Frauenstimmrecht auf kantonaler Ebene einführen will, der erhebe seine Hand. Wer das Frauenstimmrecht nicht einführen will, der bezeuge es mit der Hand. Ihr habt der Einführung des Frauenstimmrechts auf kantonaler Ebene zugestimmt. 1990 stimmten die Innerrödler Männer an der Landsgemeinde ebenfalls wieder über die Einführung des Frauenstimmrechts ab. Und seht selbst. Die Innerrödler Männer wussten zu diesem Zeitpunkt noch nicht, dass ihre Entscheidung von höherer Stelle gekippt wird. Das Bundesgericht hiess eine staatsrechtliche Beschwerde gut und stellte fest, dass den Frauen im Kanton Appenzell-Inneroden die politischen Rechte zustehen. 1991 konnten Appenzell-Innerrödlerinnen erstmals kantonal mitentscheiden. 1991. Ich glaube, bei dieser Jahreszahl bedarf es keiner Verdeutlichung, wie nah das liegt. Ich mache es aber trotzdem. Als die Appenzellerinnen erstmals an Kantonsentscheidungen teilnehmen durften, da erschien der Film Terminator. Und zwar der zweite Teil. Mit diesem Bundesgerichtsentscheid von 1990 waren endlich alle Schweizerinnen auf allen politischen Ebenen demokratisch gleichberechtigt. Einigen ist bestimmt aufgefallen, dass ich in diesem Beitrag konsequent die weibliche Form verwendet habe und nicht das generische Maskulinum. Das hatte nicht einfach nur mit dem Thema des Beitrags zu tun, sondern mit der Logik einer Entscheidung des Bundesgerichts. Emilie Spiri promovierte im 19. Jahrhundert als erste Schweizer Juristin. Als Frau wurde sie jedoch nicht als Anwältin zugelassen. Sie wehrte sich dagegen und berief sich auf die Rechtsgleichheit in der Verfassung. Alle Schweizer seien gleich. Das schliesse alle mit ein, auch Frauen. Das Bundesgericht antwortete darauf wie folgt. Wenn aus Artikel 4 der Bundesverfassung gefolgert wird, die Bundesverfassung postuliere die volle rechtliche Gleichstellung der Geschlechter auf dem Gebiete des gesamten öffentlichen und Privatrechts, so ist diese Auffassung ebenso neu als kühn. Sie kann aber nicht gebilligt werden. Diese fehlenden Berufsaussichten führten dazu, dass die Familie im Herbst 1888 nach New York auswanderte. Dort gründete Spiri eine höhere Schule für Frauen, die Recht studieren wollen und unterrichtete als Dozentin. Sie kehrte wegen ihres Ehemannes und ihres ernsthaft erkrankten Sohnes 1891 nach Zürich zurück. Nach der ersten Ablehnung ihres Gesuchs als Privatdozentin erteilte ihr der Erziehungsrat schliesslich die Lehrberechtigung mit dem Vermerk Ausnahmsweise. Sie erteilte neben ihrer Arbeit Frauen unentgeltlich Rechtsauskunft und kämpfte weiter an verschiedenen Fronten für die Anerkennung und Zulassung von Schweizer Juristinnen. Als sich das Ehepaar 1895 trennte, zog Emilie Spiri nach Berlin. Sie kannte die Stadt von früheren Aufenthalten. Sie arbeitete in einem Rechtsberatungsbüro und lehrte Rechtswissenschaften an der privaten Humboldt-Akademie. Doch persönliche Schicksalsschläge sowie die andauernde finanzielle Not setzten ihr zu. Als bei ihr ein Krebsleiden diagnostiziert wurde und ihre älteste, ledige Tochter schwanger wurde, was zur gesellschaftlichen Ächtung der Familie führte, erlitt sie einen Zusammenbruch. Sie kam gegen ihren Willen dauerhaft in eine Klinik. Später wurde sie entmündigt und in die damalige Ehrenanstalt Friedmatt nach Basel verlegt. Erst 1899 änderte die Basler Regierung den Namen von Irrenanstalt in kantonale Heil- und Pflegeanstalt. Sie selbst erlebte die Erfolge, die sie ihren Nachfolgerinnen ebnete, nicht mehr. Sie war von der Aussenwelt isoliert. 1898 liess der Kanton Zürich Frauen zum Anwaltsberuf zu und 1900 erwarb die erste Schweizerin das Anwaltspatent. Und das alles auch dank den Bemühungen von Emilie Spiri. Von alledem bekam sie wohl nichts mehr mit. Sie starb 1901 verarmt und einsam im Alter von 48 Jahren. Merci fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. 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 Zuhören und bis zum nächsten Mal.